hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen folge von let's play watchdogs und wir müssen jetzt diesen bad bug den dicken käfer müssen wir jetzt durchlotsen durch das ganze gebäude ohne entdeckt zu werden und wir müssen vor wo bemerkt einige etagen da oben das jetzt alles nicht so einfach das wird jetzt sehr heftig so wir werden jetzt folgendes machen warten bis der typ hier hinten verschwinden wir müssen es einmal kameramäßig vorarbeiten wir müssen den bad bug erstmal hierhin bewegen sobald er da vorne um die ecke ist schauen dass wir den bad bug hier rum kriegen und los scheiße das war nix das war nix da hat mich voll gesehen problem ist nur das steht auch nicht lange dahinter na komm lade ich hab so schiss mann hör einfach gut zu und beweg dich wenn ich es sage ich passe auf dich auf ok 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 nochmal hier ganz kurz ich glaube da konnte ich eigentlich ach da kann ich hacken sehr schön problem ist wo kann ich denn hier hin wo kann ich hier hin ich muss mir erstmal schauen problem ist hier gibt es überall nix ich muss eigentlich erst hier komplett durch hier dahinter muss ich dazu muss ich eigentlich warten bis der richtig um die ecke ist dabei kann man gucken was es hier gibt ach da komme ich auf die nächste kamera sehr schön mit dem her kann ich ja nix machen hier muss ich bad bug hin bewegen na komm komm geh hinter so wenn der richtig um die ecke rum ist jetzt los komm lauf 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 digger lauf digger bist aber auch ganz schön fett für dein alter junge so das heißt den haben wir jetzt durch jetzt muss ich schauen wenn der jetzt hier hinten wieder rum ist ich sollte mir vielleicht erst einmal da drinnen den raum anschauen ich will das nicht tun gut hier vorne ist nix das heißt ich kann ihn da hier hin bewegen sobald er da hinten wieder so 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 wir können ihn mal hier hin bewegen das ist es nicht wert wie kann man jetzt hier durch problem ist ich habe jetzt nichts zum schießen so mal so würde ich sagen ich schieße mich jetzt nach und nach durch das hätte 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 ich mir jetzt mehr drauf gefreut jetzt mal gucken wie du immer läufst hier das heißt ich kann dich hier vorbringen um dich denn hier zu verstecken das müsste gehen der steht auch schön lange dort so jetzt haben wir wieder jetzt haben wir wieder safe jetzt muss ich da hinten hin was haben wir da ach so da war ein brief weil ich irgendwas damit ich anlocken kann da kann ich anlocken alles nicht so einfach hier den kann ich jetzt dann da hier wenn ich den anlocke aber du kannst da hinten durch sehr schön dann kann ich dich da hier verstecken das heißt wir warten jetzt bis der da davor gelaufen ist so jetzt locken wir hier an und dann hier hin kommen warum hängst du mit diesen arschlöchern rum das ist meine familie naja dachte ich martha die sind ja so beschissener sind sie hast du familie ja kinder na du wahrscheinlich oh scheiße man bring mich nicht zum lachen ja könnte schlecht enden das ist so ich müsste jetzt irgendwie hier hinkriegen kann ich dich hinbewegen schnell okay fuck man fuck vorwärts ja vorwärts ja komm versteck dich da ich hoffe ich hoffe auch da wirst du nicht gesehen Junge okay die tür ist irgendwie safe da kann ich nichts machen gut jetzt schauen wir wie wir hier raus kommen da kann ich anlocken da kann ich wenn dann dich mal hinbewegen los okay jetzt okay du bleibst dort schauen wir mal wie es hier draußen ausschaut achso das ist die ah ok ok läufst du da auch wieder raus da müssen wir auf jeden fall durch ich sollte nicht hier sein warte mal so das heißt wir können auf jeden fall mal uns schon mal hinter diese wand irgendwie verstecken ähm wo war hier die kamera das ist irre ah ich kann so machen was ist los ich soll das an sein los schnell so schnell hier rein oben auf die kamera und dahin ok leck mich halte vater so kriege ich dich hier durch Bewegung ich geh schon oh ganz knapp das ist es nicht mehr heftige Schlösser mann geh nur nah genug ran nur ein Rack kann da rein mann oh wir sind ja da ich brauch kurz deine kamera wir sind tatsächlich drin der computer ist da also warum machst du das man das ist nicht deine welt ist kompliziert wir haben viel zeit rack war an etwas beteiligt das meine familie angeht ich will antworten ist gar nicht kompliziert führen sie bedbugs zu verschlossenen serverraum entriegeln sie den serverraum für bedbugs so und wie Kamera da kann ich entriegeln alter warte mal wo ist läuft die zeit schon nein gut wo ist denn der staat der ist da oben ähm so geschafft Augenblick mal das war so nicht vorgesehen ich sag's dir Mann ich sag dir doch keiner außer Irak Ruhe das ist gesperrt das ist gesperrt das heißt ich muss warte mal das hier ist aber alles glaube ich dann ohne Zeit machen wir es so und so ich glaube ich muss das Stück für Stück machen damit ich dann warte mal das da hin warte mal das da oben kriege ich ja nicht unsaved das kriege ich da rüber hä warte mal ich kann doch so rum machen na zu viel so dann so und so dann kriege ich dich entriegelt so dann kriege ich dich schon mal so ähm aber ich glaube ich muss dich mal noch ein bisschen so lassen dann kriege ich dich darüber Alter sind das Puzzle machen wir jetzt mal so machen wir jetzt mal so ähm damit habe ich dich versorgt ja damit muss ich dich da halt so rumkriegen so Glück läuft das Ding ohne Zeit hier so jetzt muss ich alles nach da oben leiden das heißt dich schon mal so dich so na so aber dich du fehlst noch nein das heißt das mache ich jetzt mal so halt wo kriegst denn du den Saft achso gut dann kann ich dich jetzt entriegeln ach wir sind drin geil der Computer ist da was Kamera in Benutzung ist scheiße kalt man ja um die Server zu kühlen Junge das ist echt mal krasse Hardware da geh da hin shit was beweg dich nicht nein 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 warte das ist nicht genug geh zurück was soll der Scheiß ist nicht so wie es aussieht wonach sieht es denn aus weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus man wie kommst du überhaupt hier rein warte mal ich liebe dich man das weiß wer hat dich gekauft nein nein warte mal lüge mich nicht an lüge mir bloß nicht ins Gesicht das dafür dass ich dich reingeholt habe komm krass wir sind Familie du weißt ich warst nicht er hat mich gezwungen es ist fickt nochmal er ist ganz nah vielleicht fisch da runter fisch da runter fisch da runter geht da runter füttet den Pisser fisch da fisch da war dann wohl bad bug entkommen sie den wick 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 ich habe nicht viel bekommen hoffen wir es reicht jetzt wird es bunt habe ich das Gefühl kann ich da in das auto steigen und weg hier wenn du was liest dann gib mir scheiß immer schön dahin wo die mich nicht sehen können so deswegen fahren wir jetzt auch hier unten lang weißt du was wir fahren mit dem boot weg jo wie wir sind im anmaß ich hoffe dass die mich hier auf dem boot raus nicht finden können tja wir haben es geschafft flucht erfolgreich sehr geil sag mir du hast was es war nur ein partieller download aber ich habe etwas sieht aus als wäre der computer voller material über einfach jeden hör dir mal die ordnernamen an polizeichef sextape bloom ceo bestechung ctos verstöße ehring sitzt auf der gefährlichsten waffe der stadt klar dass die cops abstand halten er hatte wohl ein gespräch mit dem polizeichef kannst du sehen was in den ordnern ist noch nicht ich versuch's gibt es einen ordner zu merlow merlow ja das ist er gut ich bin bald da gut einen bug fernsteuern haben wir es geschafft auch wenn bug leider dabei gestorben ist so so jetzt müssen wir glaube ich zurück zu unseren dingens aber wir sind ja am anderen ende wir müssen da hin ähm wenn dann müsste ich da hinten lang fahren also einmal umdrehen hey hey äh geht das ding noch bad bug du lebst du musst da sofort raus ich bin draußen ich dachte nur ich könnte dir mit den antworten helfen du weißt du wegen deiner familie dieses video das wir gesehen haben irak hat mich danach gefragt wollte wissen was ich weiß sie ist rose washington rose washington ich weiß nicht wer sie ist aber sie ist in dem video irak sagt sie ist tot ok danke was könnte helfen ja ja und du und ich sind wir quit wir sind quit gut gemacht bad bug gut er lebt also doch noch hui gott sei dank jetzt fahren wir erstmal zu unserer base zurück ich glaube da müssen wir jetzt hin weil das telefon klingt mit einer natur du hast für aufhören rossi freemont gesorgt jetzt gibt mir was gutes irak hat ne menge schmutz gesammelt sein computer ist voll davon von politikern bis hin zu ctos manager das melo ist auch dabei ich wusste es ich hab's dir doch gesagt es ist verschlüsselt ich habe keinen zugang aber dieses video aus dem melo der name der frau ist rose washington rose washington ich kenne den namen war sie nicht beim ctos aiden das ist die gold ada ich hab deine ip verfolgt jetzt gib mir meine schwester aber es fängt gerade erst an für irgendjemanden ist das video wichtig wichtig genug um mich anzugreifen und auch deine nichte vorsicht daniel na komm ich weiß dass du das genau wie ich zum ende bringen willst das war nicht der deal oh aber doch du sagst es ist verschlüsselt dann bist du noch nicht fertig nein das wirst du nicht tun ich kann tun was ich will hey ich bin's nikki wie geht's dir ich bin müde sie kümmern sich um mich aber komm und hol mich bitte okay da sind noch andere bei dir ja das ist gut sei auf alles gefasst ich werde bald kommen ich muss jacks sehen wie geht es ihm er ist ein tapferer jungen er kommt nach seiner mutter aber er ist genauso stur wie sein onkel ja das ist er er akzeptiert nicht einfach anleiten zeit um tata tja wir hätten wir noch ein bisschen er kriegt den holz nicht voll er will immer noch mehr okay eins nach dem anderen ich brauche den Rest von IREX Material dann habe ich den Hebel und dann kümmere ich mich um Ebel ich glaube da pass ich nicht durch nein da pass ich nicht durch wir sind schon auf der Insel hier ja das sind wir heißt das lege ich mal an sofern man das anlegen nennen kann ich spring einfach mal ins Wasser wiii Plansch und das Handy geht immer noch so so jetzt müssen wir erstmal wieder zurück in unser Versteck in unser was untergetaucht achso die Mission ist untergetaucht dum 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 so schön auf den Schienen balancieren sehr schön ein Auto steht dann auch wieder bereit keine Ahnung wo das jedes Mal herkommt und da werden wir dann reingehen aber das werden wir uns in der nächsten nächste Folge anschauen eine schöne Stelle wo man cutten kann deshalb sehen wir uns bis dann ich geh jetzt ein bisschen einkaufen mit dem Einkaufswagen und sag ich tschüss Bis zum nächsten Mal.